Also die Aktivitäten, die hier geboten werden, sind für viele Generationen und sind auch sehr interessant. Zum Beispiel kann man Wein probieren, man kann den Himmel betrachten mit einem Fernrohr. Es gibt schöne Bands, die spielen. Auch für die Jugend wird einiges getan, dass also Disco stattfindet. Und es wird für jede Generation ein sehr ansprechendes Programm geboten.